Das Europa League Finale 2020 in Köln lautete also FC Sevilla gegen Inter Mailand, Spanien gegen Italien, Sevilla mit einem 2 zu 1 gegen Manchester United hier eingezogen und Inter Mailand beeindruckend mit 5 zu 0 gegen Schachter Donitz. Die erste Möglichkeit hier an diesem Abend gehörte allerdings dem FC Sevilla, da Manchester United vermutlich als etwas stärkere Mannschaft einzuordnen als Donetsk, aber das 5 zu 0 von Inter Mailand machte trotzdem hier einen kleinen Favoritenstatus für Inter aus. Und Inter machte es dann gut. Gagliardini zieht in den Strafraum ein, behält die Übersicht im Rückraum, dann Brozovic völlig frei und der macht in der 19. Minute das 1 zu 0. Marcelo Brozovic völlig aus den Augen verloren. Von allen Mannschaftsteilen des FC Sevilla und Bono ist dann im Tor ohne eine Chance. 1 zu 0 für Inter Mailand. Da darf man das 5 zu 0 vielleicht auch nicht überbewerten, aber was hier dann geschah, muterte dann wieder ähnlich an. 25. Minute Lautaro Martinez mit dem 2 zu 0 bereits. Und Sevilla wirkte jetzt so wie Schachter Donetsk in der Schlussphase am Montagabend. Doch sie konnten sich wieder fangen. Diesmal Ocampos über links mit der Flanke und Jordan mit dem Kopfball, der haarscharf am zweiten Pfosten vorbeigeht. ist der Anschlusstreffer in dieser Situation denkbar. Aber Inter Mailand weiterhin nach vorne sehr aktiv. Lautaro Martinez wieder über links das Ganze. Yang schlecht geklärt dieser Flankenball des Linksaußen. Und 0 zu 3. 41. Minute. Barreya mit der Direktabnahme. Lukaku nicht im Abseits, daher auch keine passive Abseitsstellung zu erkennen. Konnte Sevilla vorm Seitenwechsel nochmal rankommen. Eckstoß und der Kopfball von El Nesiri. Von El Nesiri, pardon, nur ans Aluminium. Das wäre die Möglichkeit gewesen, Handanovic muss nicht eingreifen. Der anschließende Abstoß und jetzt passen sie auf. Was macht Handanovic da? 45. Minute. Von allen guten Geistern verlassen bringt das Sevilla hier zurück ins Spiel. 1 zu 3. Und Lopetegi glaubte wieder dran, hier das noch umzubiegen. Ewa Banega hatte den Treffer erzielt, der jetzt nochmal Hoffnung bringen sollte. Aber Inter Mailand nutzte die Pause dann gut, sich von diesem kurzen Schock zu erholen und nahm das Zepter dann wieder in die Hand. Lautaro Martinez und Brozovic im Zusammenspiel. Lukaku, bislang relativ unauffällig und trotzdem eben schon 3 Tore für Inter Mailand. Das zeigte, wie gut es lief für die Italiener. Und Inter machte weiter, wollte jetzt die vorzeitige Entscheidung erzwingen. Ewa Banega, kann es nicht klären. Galliardini wieder, das hat vorhin gut geklappt. In den Rückraum gelegt. Lautaro Martinez in die Arme von Bono. Das 4 zu 1 und die Entscheidung also noch einmal vertagt Sevilla. Brauchte jetzt aber in der Schlussphase zwei schnelle Tore. Joa, dann nochmal über die rechte Seite. Handanovic mit der zu kurzen Faustabwehr. Inter bekommt es nicht geklärt. Fernando zum ersten, Fernando zum zweiten. Godin und Handanovic klären es dann. Das Ende des Liedes lautete 1 zu 3 für Inter Mailand. Und damit der Europa League Erfolg. Vollkommen verdient gewinnt Inter Mailand gegen Sevilla mit 3 zu 1 und ließ sich dann selbstverständlich richtig feiern nach der Partie. 97, 98, dort konnte man das letzte Mal auf dieser Ebene ein finale Gewinn. Damals gegen Lazio Rom 1998, jetzt gegen eben den FC Sevilla. Abonniert die Super-кіоль-tele Jäu-tele 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 Jäu. Battat von der Sähe